Hallo, ich bin die Diana aus Wien. Durch Real Beauty habe ich erfahren durch eine Freundin. Ich bin da jetzt schon einige Male hier in diesem Salon gewesen, Real Beauty. Ich habe mit dem IPL-Laser angefangen. Ich habe mit IPL angefangen. Ich bin jetzt fünfmal da gewesen. Ich habe sieben Behandlungen gemacht. Mittlerweile bin ich zu einer Nachbehandlung hier. Und mittlerweile sind wir auf den Diodenlaser umgestiegen. Das ist ein neuer Laser. Bin ich auf den Diodenlaser umgestiegen. Der geht viel schneller. Bin total zufrieden, weil ich einfach das Lästige rasieren lassen kann. Ich muss nicht wachsen. Nach dem ersten Mal sehen wir die Ergebnisse. Sie ist in der Grundlage nicht schrecklich. Es tut im Vergleich auch überhaupt nicht weh. Es wird einfach nur warm. Es ist vom Gefühl her ein ganz anderes. Die Prozedur dauert sehr lange. Ich habe zum ersten Mal den Diodenlaser ausprobiert. Es ist ein sehr приятes Interieur. Es ist leicht zu entschuldigen und einfach zu entschuldigen. Man spürt gar nichts. Ich könnte nebenbei ein Buch lesen. Das Studio ist total sehr schick. Schöne Umgebung. Schönen Flair. Ich sehe es als lichten Interieur. Ich sehe da, dass ich nur auf dem Zentrum nicht meine. Eine Atmosphäre freundlich, familiär. Eine angenehme Atmosphäre, sauber. Ein Ambient, DOSB. Keine Wartezeit. Fühlt sich wohl. Ein super Satisfied. Der sauber ist. Total angenehm. Und das ist mir als Kunde sehr wichtig. Die Tratamente, die bei der Real Beauty Salon sind extraordinär. Die Frau Popper, das war eine sehr nette und sympathische. Sehr leiser Person. Sie ist nicht nur präzise und genau. Sie ist eine freundliche Frau. Sondern überaus freundlich. Und man fühlt sich einfach wohl hier. Oh, Trittloisar. Aus meiner Erfahrung kann ich euch berichten. Ich habe schon einiges probiert, wie rasieren, sugern, wachsen, enthaarungscreme. Und ich war noch nie mit einem Ergebnis so zufrieden, wie hier mit den Lesern und vorher auch mit WTL. Das Studium auf jeden Fall weitererfühlt. Und Ihnen sage, kommen Sie auch.